So, wirst du wieder da? Heute geht's ab, du, heute ist ja wie Bahnhof, ey. Ich hab mir gedacht, bevor ich's lange rumfüge. So ist, Baby. Das ist halt, wenn man im Regen läuft. Das tut mir leid, das ist ja nur ein bisschen Schnee. Guck mal, pop-up. Nur ein bisschen Schnee. Du wirst dir begeistert sein, wenn du reinkommst. Okay. Alles? Alles? Ja, ich kenn ja deine Samen. Ich hab sie sogar in der Original, die hat so eine schwarze, um Plastik-Dingsbums. Oh, da sieht man, dass sie lang ist. Alter, die Games sind. Das stimmt gar nicht. Vorher hab ich sie zurückgesetzt, alles, mein Profil runtergemacht, zurückgesetzt. Und ich hab sie am Computer praktisch am Zweitanschluss benutzt. Und hat da HD-Videos geguckt, damit noch. Ja, das sind echt nix. Ja, ich weiß. Ja, das sind leider mal 15 Euro maximal, hey. Das ist, also, das ist 1 Euro, das ist 1 Euro. Ja, klar. Ja. 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 Also sowas da hast, dann hätte ich gerne einen. Okay. Gut, okay, kommt immer drauf an, aber wo wir gerade im Monat sind. Aber, das wäre okay. Okay. Weil meine gibt jetzt den Geist auf. Okay, kann ich gucken. Und dann kann ich nicht mehr Rockband spielen. Okay. Danke. Und Gitta Hire. Gitta Hire. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. So liebe Zuschauer, hier ist euer Games-Center Vs. Ich bin der Cresher, deren ich nicht kennen. Ich mache YouTube-Videos über meinen Laden, hier Videospielenladen. Was ich so rein bekomme, was verkauft wird Also quasi an und verkauft Könnt ihr live in den Live-Folgen anschauen Mit uns jetzt, wird eine geile Folge Bleibt dran, es ist spannend Es gibt immer was Neues zu sehen Geile Sprüche, coole Typen Immer was am Start, immer Action, immer was los Und übrigens, ihr findet uns auch auf Twitch Unter Game Center VS Das streamen wir hier live aus dem Laden Da hinten ist unser Studio Da könnt ihr uns dann zugucken, wie wir zum Beispiel unsere Geschäfte hier machen Wir erzählen uns über Spiele, über Pokémon Über jeden Scheiß, Gott und die Welt Ihr kennt das ja, über was man alles labert Und ja, würde mich freuen Wenn ihr euch dort auch mal blicken lässt Und übrigens machen wir auf Twitch auch Live-Versteigerung Also wir verkaufen dort Sachen Die wir versteigern Wir heben was in die Hand und sagen Hier, dieses Spiel ab 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro, 5 Läuft super, kommt vorbei Sind mega geile Optionen Wir sehen uns, bis dahin Also jetzt in die Live-Folgen Jetzt ist Wuuuuh Was hat es mitgebracht? Alles mögliche Alles mögliche Machen wir mal von alt nach neu Das ist von alt nach neu Servus Kann ich die brauchen? Soll ich das? Weiß ich nicht Geile Drainbowl Verkaufst du die, oder? Die Kitsche Arsch Die alte ist das aber, keine Pro Ja, ja, das sehe ich schon Die andere ist ja dicker Das ist ja 500, oder? Ja, genau Jetzt haben sie sich ja wiederum geändert Mit dem Donnerstag nächste Woche, gell? Ja, ja Ah, der Controller ist auch fertig Ja, den, also wenn du dir, das dachte ich mir Wenn du den nicht brauchen Verramponiert X2X Mit dem Kabel Und mein Troller Und mein Troller Öp, ich hätte sie gesehen, dass da die Zeichen drauf sind Das macht man echt schief Dass du nicht alles siehst So So Traurter Guckzeichen So Traurter Guckzeichen 50, 55, 274 Schaut Ach so Ach so Ach so Ach so Ich denke da bist du schon bei 3,50 Alles insgesamt Mach mal Mach mal Mach mal 3,50 Deal 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 oder no deal Ich denke ich rede mit deiner Kamera wieder Läuft es wieder Ja, ja, alles gut Alles gut So Und du nimmst jetzt eine Playstation 5 Meter, oder? Ja, bitte Eins mit Chip Eins mit Chip Eins mit Schlitz Nein, mit Chip Das ist ein Chip Hast bestimmt noch eine Einser mit Chip da, oder? Ach so, Einser mit Chip Ja, okay Hast du noch eine? Gibt es überhaupt nicht? Kriegst du was? So, gute Morgen Gute Morgen, ich würde dich gerne verkaufen Okay Ich bin kein Game Stop Ach so Okay Ich bin Game Center Ah, okay Ein Einzelunternehmen Okay Bei mir kriegen sie Bargeld Bei dem kriegen sie ja nur eine Gutschruppe Mhm Oder wollten sie was anderes mitnehmen? Nee, nee, das passt Dann schaue ich mal kurz, was sie dafür bekommen Danke Mit 25,30 Euro Da kriegen sie also pro Spiel 10 Euro Das wären 20 Euro Okay Ist okay Mhm So, vielen herzlichen Dank Danke auch, was kosten bei euch diese Joysticks? Ähm Haben wir aufgestellt, oder? 79 79 auch Und ja, und die da, aber die sind einmal gebraucht, sind so gut wie neu, die können wir 59 machen, aber die sind top Perfekt, du möchtest schauen Danke, ciao Tschau 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 Ist auch der Zeiger? Ja Ich weiß nicht Nimmst du mit? Den da? Jo Was? Mhm So, 39,95 Euro Okay, Cresho, dann lass mal nicht mal Ja, wir sehen uns, vielen herzlichen Dank Bleibt gesund, ne? Ja, das Wichtigste Ja Danke Tschau 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 Alles klar, vielen Dank, ja? Geht's noch in deinem Beufel? Das geht ja Ja Mach's gut, tschau Hallo Leute, nicht vergessen, auf Twitch unter GameCenterVS, jeden Tag Livestreams hier aus dem Laden, Leute, nicht vergessen, wir freuen uns, wenn wir euch dort sehen, also bis dahin, es geht weiter. Das wäre wie, das letzte Gerät, das wir haben, das neue, das ist zwei Jahre Garantie. Und dann wollte ich noch wegen gebrauchten Spielen fragen. Ja Also ich wollte unbedingt Animal Crossing Animal Crossing, da könntest du Glück haben. Die Farbe, äh, haben wir hier. Und da wollte ich jetzt fragen, weil, ähm, das kostet ja 45 Euro gebraucht, ne? Da gibt's das Set im Mediamarkt für 380, ob man da irgendwie auch auf 380 runtergehen könnte? Ja, ich mach mal 380 glatt und fertig. Also was gibt's noch hier? Ja, da kann ich ja hier mal umschauen. Ah, das sind alles die? Ja, ja, das sind alles die Switch. Mario Kart war schon weg, ne? Mario Kart war schon weg, ja. Schade. Ah, das ist das hier, guck mal, das ist das, wo du... Mach mal nach was? Wo du, wo du, ähm, gegeneinander spielst. Kamera. Das ist Just Dance. Nö. Ich mein, was braucht man der Kamera dazu? Bei was? Beim Just Dance. Nö. Ah? Nö. Just Dance brauchst keine Kamera, oder? So was? Nö, normalerweise nicht. Nö, eben nicht. Da gibt's da unsere Wippe, kann ich da bauen. Na gut. Sonst, ähm... Ja, was... Nö, was ist denn? Pass hier noch zurück. Ja, Mario, Mario, Mario. Mario ist allzeit. Sonst habe ich dir das neueste Mario noch gebraucht, ja. Und das hier, gibt's das auch gebraucht? Das ist gebraucht. Aber da könnte ich dir auch 30 machen, wenn du das hast. Ja. Also ich glaube, das ist cooler, wie das da. Ja, aber dazu musst du gegeneinander Spiele machen. Äh... Nö, das ist... Jump'n'Run. Ne, da ist die Party doch witziger. Weiß ich nicht. Das ist nicht. Schnelligkeit, Tanzen... Ja, ne, dann nehme ich erstmal nur die beiden. Alles klar. Ich würde dann gerne eine Karte zahlen. Jo, und dann, haben wir gesagt, 380. 3, 8, 9, 9. So. Nimmst du das in deine Tasche? Ja. So. 2, 9. Ach, danke. Viel Spaß damit. Dankeschön. Bitteschön. Schönen Tag noch. Gleichfalls. Tschüss. Eine psychologische Sache hier. Was ist eine psychologische Sache? Was ist denn das los hier? Was ist denn das los hier? Was ist denn das los hier? Du weißt, von mir ist immer alles ganz. Immer alles ganz? Ja. Außer hier fällt der Deckel, gell? Ja, ja. Ja, ja. Weiß ich, gell? Das hab ich dir gestern geschrieben. Achso, du hast nicht mit mir geschrieben. Nicht mit den Mädels. Oder wahrscheinlich mit den Mädels. Ich hab hier keine Antwort bekommen. Ja, das gibt's mal. Weißt du, die Antworten nicht immer. Nein, Spaß. Keine Ahnung, gestern was los war. Zu viel oder zu wenig oder immer sehen. Ja, und du willst was anderes mitnehmen, oder? Hast du diese Playstation Abos da für 20 Monate oder sowas, wie das heißt? Zwölf Monate, ja? Ja, zwölf. Ja, hab ich da. Kostet 60 Euro ein Jahr. Ja, genau. Das brauchst du. Das könnte ich gebrauchen, ja. Gegen das da. Ja, willst du dann so tauschen gegen das Abo, oder wie? Ja, ja. Also, dann geb ich dir zwölf Monate. Zuerst mal gucken, wo ich meinen Ordner hab. Ich hab schon welche vorgedruckt. So. Wo ist jetzt mein Zettel? Dass wir aufpassen, dass die Codes keiner sieht, sonst... Ich bin gleich bei euch, Jungs und Mädels. Du hast aber viele Pakete bekommen heute. Ja. Da ist was Weißes drin. Ja. Da ist was Weißes drin. Der Pforscht auch immer Arbeit. Der Pforscht? Ja. Seid doch froh. Ist nicht viel los, oder was? Doch, schon. So. Das war der hier. Da, 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 B. Aber das verlierst du bestimmt. so dann habe ich dir vielen dank dann könnt ihr das läser das ist ein b oder zwei wo sieben genau und eine b ja genau wenn nicht dann schick ich dir noch mal per whatsapp dann kannst du es genau lesen machst du einen gelbbeutel dann verlierst du es nicht alles klar danke dir wir sehen uns die tage mein freund aber ohne zettel genau zwei pakete ist mit dem banause los bis gott die dame ich bitte sie ja ich wollte doch nur nett sein ich wollte nur nett sein ja danke ciao wow bocke man was ist da los hier charis ps5 wieder mehr abfall die alles andere so einmal monster hunter krass 59 95 so gerade einstiege das warten hat ein ende alles klar danke dir machs gut ciao ciao ich muss dir noch cd rein machen die cd ist bei chefe Das ist gefährlich, weißt du, Kollege. Zappt herab. So, bitteschön. Dankeschön. Das ist nichts funktioniert und ich zurück. Ja, so sieht's aus, Klaus. Ja, ich auch. Tschüss, tschau. So, was willst du von mir, Kollege? Ach, du hast angerufen. Nein, das war der Kollege von mir, der Jochen. Wie, du hast Kollegen? Ja, stell dir mal vor. Der Jochen, ist das ein Busfahrer, gell? Nein, nein. Ah, ich dachte, der eine fährt auch Bus. Ja, der fährt auch in den Backbus, wie so ein Verrückter. Wem gehören jetzt die Spiele, dir oder dem Verrückten? Die gehören mir. Die gehören dir? Ja. Ja. Und du brauchst Geld. Richtig. Leider Gottes, sonst würde ich das alles garantiert nicht verkaufen. Halt! Bura, bist du ja schon wieder da? Ich hab was für dich. Geh weg. Hier. Bura, du darfst nicht hin. Hier, was trinken, zwei Stück. Alles gut. Ich krieg was Besonderes. So, jetzt hast du was. Alp, das Schwede geht's dir gut, oder? Sagt der... Lass ihn mal. Aber... Lass dich gut, alles ist gut. Womack, was willst du hier? Er macht alles gut. Du wolltest in Urlaub, hast du gesagt. Ich gehe hier morgen, heute nicht. Heute, ich mache alles. Alles kaum. 20 Euro kann ich dir noch angucken. Ja, komm, geh. Shit. Jetzt hab ich keine kleinen Scheine mehr hier. Was ist denn da los hier? Kann ja nicht sein. Kann sein, ja. Viel Spaß. Danke dir. Wieso verschoben die Runde, gell? Ab und zu mal. Ja, wo vorher die Runde gelaufen ist. Ah, ja, okay. Ja, ja, stimmt. Habt ihr wieder geändert, gell? Nicht wie? Die Stadt. Ach, die Stadt ändert das. Die Stadt ändert das. Das machen wir nicht. Okay. Damit haben wir nichts zu tun. Das macht immer die Stadt. Hey, Donnerstag darfst du doch öffnen nächste Woche. Ja, Donnerstag und Samstag, ja. Die haben wir zurückgerudert. Ja, zur heutigen. Zurückgerudert, ja. Also, ich danke dir. Alles klar. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Such dir was Bestimmtes. Oh, ne, ich glaube nicht. Es gibt ein, zwei Spiele, was mich interessieren. Die sind gebraucht nicht da. Vielleicht das neue Mavi, oder? Das haben wir, das hab ich letzte Woche wiederguckt. Ah, hast du schon gehört. Ah, okay. Wo es dann noch so über Fenster lagging. Ach, ja. Letzte Woche haben wir eine normale Aufgaben. Nein, das war letzte Woche. Was ich noch gestern reingekriegt war das Zelda. Ich weiß nicht, ob das auch was spielt. Das ist das neue. Das ist das neue, ja. Ja. Nicht der einzige. Das ist das andere, das du vorher mal auch durchgezogen hast. Ja. Was ich gesagt, das kostet ja nochmal 60, 45 könnte ich dir machen. Das ist schon einmal gespielt. Keine Ahnung, ob das interessant ist jetzt für euch. Hier braucht er die zum Mario. Nein. 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 Hattest du Bock auf das Zelda? Nein. Ja, dann nehmen wir es mit. Ja, mir ist egal, dass ich... Ja doch, dann können wir es durchzocken. Dann passt ja. Ich will euch nichts aufdrängen, was... Nein, nein. Ich weiß ja nicht, wie... Ja, da geht eigentlich immer fit. Ja, die Groschenzeit ist heimlich. So. 1926. So. Dann sind wir genau 60 Euro. Mit Taten. Ja, kein Problem. So. Einfach drauflegen. Das Pokémon Alpha 24. Was kostet das? Ah, Geld. Denk ich mir ja. Ne, wo, wo, wo? Ich weiß. Ich bleibe jetzt keine 3 Stunden dran. Und nicht von 3D. Ach so. 35. Okay. So viel Zeit hast du gar nicht zum zocken, wenn du 100 bis an Spiele gehst. Ja, ich weiß. Ich muss mal wie Zeit finden. Ja. Du hast ja gar keine Zeit mehr für deine Frau. Ja. Ja. Also vielen Dank dir. Ja, bitte. Macht's gut. Bleibt gesund. Ciao. Ciao. Bitte was? Wie kann man ja im PS3 spielen, kann man ja auf der 4er ausspielen, oder? Nein, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Nein. Nur abwärts. Nein. Du kannst auf der 5er die 4er spielen, das funktioniert jetzt. Aber auf der 4er geht nichts abwärtskompatibel. Okay. Da würde es nur gehen, wenn es im Playstation Store als digital irgendwas geben würde. Aber so eine CD einlegen, das liest du ja nicht. Das kannst du vergessen. Dann gib es mir, ich räume es nachher auf. Dann nimmst du die 2, oder? Ja. So. Einmal ziehen und einmal ziehen. 1.940. So. Dann wären es 22 Euro. Wieso? Ja, alles. Kein Problem. Was will ich jetzt auf die 8 kommen bin? Wegen des 3er. Wegen des 3er. Wegen des 3er. Wegen des 3er. Ja, genau. Tschüss. Macht nichts. Fast. Tschau. Tschau. Danke, Theo. Tschau. 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 So, was bringst du? Du gehst schon rein. Bist du komplett mit Kontrolle, alle? Nein, nein. Nur Geräte? Ja, das sind wir oben. Das stellen wir schon mal oben. Da haben wir hier nichts? Ja, da haben wir oben, und ich weiße. Ich weiß hier nicht so einen. Sch Och産! da hast du da gewohnt nein, hier ist es nicht ohne Kontrolle, dass du das Kabel anmest also, tschau So, würdest du jetzt mitnehmen, ja? So. Mal viel verwirrt sein. 5 Euro. Dankeschön. Alles klar, ich danke dir. Macht's gut, ciao. Genau. Hattest du mal mitgebracht? Das war im Backpapier. Wie ein Drogenfäckchen, mein Guter. Mir hat nicht gerade das für seinen Arm gemacht. Das ist total fertig. Den brauchst du jetzt nicht mehr. Ich dachte, ich nehme ihn trotzdem noch nicht. Boah, nee, kann ich nicht ankaufen. Hm? Die ist ja total verraucht. Die ist ja schon richtig dunkelgelb hier drin. Thomas, siehst du das? Ja, schon. Da ist alles zu. Hier, alles dicht. Nee, sorry. Okay. Das ist, wenn Geräte so verraucht sind und gebraucht, dann muss ich Garantie geben. Und dann, wenn was ist, tut mir jetzt echt leid. Ach, alles gut. Ganz gerne, ja. Alles klar. Ja, bitte. Ciao. So, nun ist die Folge auch vorbei. Es kommt schon wieder die nächste. Also wir knallen jetzt raus. Seid gespannt. Es gibt wieder eine Burak-Spezial-Folge. Es gibt noch andere Folgen. Wir sehen uns. Wir wünschen euch alles, alles Gute. Schöne Ostern. Bis die Tage. Wir sehen uns auf Twitch, auf YouTube, überall. Euer Gresho sagt Danke und Respekt an euch. Tschüss.